Kann man 20 Minuten draus machen? Ja, 20 Ja, mach halt 20 Damit ne Folge folgen Aber andere Karte bitte Okay Aber ja Lass mal Seatown zocken Von mir aus Chris, halt einmal Bitte Ja, ey, komm mal an, hab ich da drauf gemacht 80 Okay, alle bereit? Ich hab eigentlich schon wieder nur drauf gewartet Ich auch Und dann los Wer klatscht da so behindert? Das ist Christian Frank vor der Frühstück Was? Was ist das? Frank vor der Frühstück Ich frag das Hä? Hä? Du musst die zwei rechten Finger nehmen Und auf die linke, äh, auf den linken Ellenbogen Auf diese zwei, zwei da Auf den linken Knie schlagen Wie er es in die Spritze geben willst Sofort mit rechten Ellenbogen, was? Nein, die rechten zwei Einfach bloß in die Spritze geben willst Du klatscht ja vorher zweimal oder dreimal auf die Hand da Und das machst du einfach bloß bei den Ellenbogen Warum? Vor der Frühstück Wieso? Muss ich das verstehen? Das ist so dumm, Alter Das ist einfach nur Fußball Das ist so dumm Fußball? Ja, es hat alles mit Fußball zu tun Fußball Weißt du, so Ultramäßig Hey, hallo, beruhigt's, chill mal Vor allem, ich hab auch Ich hab auch so richtig reagiert Das ist wie so ein kleiner behinder Spast einfach nur Ich schieß auf ne Pflanze Weil ich denk da steht Ich hab auch so richtig menschlich gewirkt Ich hab auch so richtig menschlich gewirkt So, guten Tag, hallo Wie geht's so, chill mal Ich hab auch so richtig menschlich gewirkt Ich hab auch so richtig menschlich gewirkt So, guten Tag, hallo Rechts, links, aber guck mal, ob ich kein Auto kommt Was? Alter, ihr seid so fällig Alter, ihr seid so fällig Ein Schulterblick, Alter Ich schuld hab ich Ich schuld hab ich Ich schuld hab ich Du stirbst nicht Jetzt stirbst du aber Ich seh nichts mehr Hühner fahren Ja, 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 ja Ja. Ja, bitte Ja bitte, bitte Ja bitte, bitte, bitte 30, 30, 30, 30 Bitte nicht so festhören, das geht Sieee Oh, das ist jetzt ne richtige Asi-Runde, Junge Das ist noch kein scheiß Messer weg Wir wollen's nicht haben Oh, Florian hat sein ME 3 gestartet Ohhhhhh Ohhhh Und ich muss nennen! Kommt nennen wir Lloydo Gorian Mmh, hey F*** MUh HECK! S вари so Super Mario Musical hi Lithici Du 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 Trip didididididididil auch abhörer erbieten nicht festgelegt in der steinseule danke bitte durch die schritte hinterher ist ein Taxi genauer Taxi ist traveling auto funktioniert immer noch nicht geil wie es geht noch nicht Ich brauche ein Asshole-Paper. Wenn ich das sagen dürfte, dann würde ich es raushauen. War das in der Luft, Junge? Ah ne, ein Peepbord, verstehe ich schon. Passerlacken, Spacken. Ja, du Spacken! Nice, ich habe es noch gekriegt. Alnitza, man, Asshole-Paper. Wo ist denn? Was denn? Wo ist denn der Typ, der gerade geschossen hat? Da ist er. Das war jetzt wieder mega ungünstig. Ultra. Weißt du, irgendwas ungünstiges, Chris? Was? Das. Was? Du miese, kleine, n***wurt, alter. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ha! In your face, man. Passerlacken, Spacken. Das war ein Gas, das Filet, alter. Nope. Nope. Ich hasse diese scheiß Stelle. Ach komm schon! Nee, heute nicht. Na, was ist denn mit dir kaputt, Junge? Nein. Mein PC ist kaputt. Ja, PC und Kopf. Das war das für Karate-Kick. Ich hab mal wie gesprungen, hab blinke Maustaste gedrückt im Gewehrsort. Ach, der kommt mir so in einer seltsamen Formation entgegen. Äh, nee. Äh, nee. Oh, das war knapp. Das war knapp. Wer schießt da so schweinig oft nicht? Äh, Manuel Traitor. Was? Manuel ist der Traitor. Was bin ich Traitor? Was laberst du? Kannst du nicht Trait? Oh, Florian, was hast du für Geräusche? Äh, das Geräusche. Von das und die T-Move. Was? Ey, das geht mit mir. Nein! Hahaha. Ich dachte, nachgedacht, soll ich sagen was? Nein! Wieso mach ich eigentlich immer solche Schess-Karate-Kids, Alter? Ja, warum? Everybody is gone for free and sing! Da kann jeder mit singen, schon mal aufgefallen? Ja. Obwohl niemand hat das Lied wirklich gemacht. Die Kugel, 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 die Kugel. Oh, doch, ich schon. 10.000 Mal. Hahaha. Ist die, war da wieder Ausnahme. Haha, ja immer. Hier, wieder so ne, so ne Lücke, weißt soll. Das ist so, psh. Was ist los mit euch? Was ist los mit dir, ja? D-nicht! D-d-d-d-d-d-d-d-d-mox. Oh, da ging schon mal lieber runter. Na, durch die Wand, ey. Durch die Wand kommt nur ein Zorn. Die Wand! Die Wand! Die Wand! Ja, wie kannst du mich durch diesen Scheißkorb treffen? Wenn du zu mir kommst, siehst du einen ziemlich genialen Bug. Ja, dann müsste ich wissen, wo du stehst. Das war ein Reflex, das tut mir leid. Das war ein Reflex! Was hast du gemacht da? Irgendwie gewunken? Moment, Moment, Moment! Was war das denn jetzt? Oh, die Sache! Russia Mord an, Junge! Guck mal, wie er auf mich wartet! Und direkt normal da! Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe noch nie zu dir gesagt, dass ich dich auf deiner Ansicht voll verantworten kann! Aber Herrge, sag mal, was war das denn da? Na, das ist so ein Topf, der in der Luft spielt. Okay. Pflanzenzopf. Nein! Ja, voll, Mann! Ich dachte, ein Küchentopf! Na, der war nicht. Der hält es blechgewichtig wie kein anderer. Na, ich komme mal dahin, wo du erst warst. Also, wo wir uns getroffen wurden. Ja, hier! Okay, ich bin da! Hier! Siehst du? Siehst du? Siehst du? Da ist kein Topf bei mir! Toll! Was soll der Scheiß? Oh, Chris, Mann! Du hast doch gesehen, dass wir beschäftigt waren! Genau! Ja, der nutzt so Gelegenheiten immer gerne aus, und der Schlinge! Ja! Also sind die Items, die hier rumfliegen immer spielerabhängig oder wie? Ja, weil ich habe da kein Topf gesehen! Sehr mega dumm war der im Screenshot! Achso, äh! Das war genau in dem Moment! Weißt du, was ich auf dem Screenshot drauf habe, mein Tod? Hahaha! Hahaha! So, hier! Moment, Moment! So! Kannst du alles fangen? Nee, nee! Ach, Mann! Wieder, wo ich gerade gestorben bin! Hahaha! Lass ihn jetzt mal auf der Stelle, Chris, du weißt wo, lass ihn damit! Die Pflanze! Okay! Ich habe das gesehen! Warte mal! Hä? Okay, ich habe Paranoia! Du hast den Pflanzentopf zerstört! Hahaha! Ich habe den Pakt gehoben! Drei von drei habe ich versucht! Nichts geschafft! Du brauchst schnell den anderen! Jaaa, Junge! Jaaa, Junge! Was, Junge! Why? Hinter dir! Nein! Opa, Pio! Eine Rolle schenke ich dir! Nein! Jaaa! Was! Was! What the Mindfuck! What the Marmel! Alter, was jetzt passiert hier? Habt ihr voll... Klette, klette, klette! Bam! Was! Was! Hahaha! Das hat ne Semtex an Christian sein! Naja, geklebt! Ah du Wichser! Du Wichser, Junge! Da war ich schneller! Bin halt immer schneller als du, ne? Boah, Alter! Ich hab dich doch erschossen! Ich hab dich doch erschossen! Ich hab dich doch erschrocken! ja 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 das war auf die schnelle nun ja auf die schnelle war Spontanität weiss ja 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 Deine Spontanität ja sterb doch Junge die Krenzen einfach nur seine Wundern Boi ich halte ich wie eine Baumnatter was ist der Baumnatter so anmutig wie Banter Alter du hast ja irgendwas genommen was dazu wie ein Eichhörchen nach ner Wachkur ja 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 ich hab dich doch gesehen du Glatzkopf jaa mich hast du gesehen allerdings erst später und ich hab völlig paranoia dass ich überall Menschen sehe ich seh einen toten Menschen in den Arsch kennst dich aus gell ich glaub du kriegst jetzt weiter das Arschloch hütschön fuck oh dachtest du ha hab ich doch du striegel ach so ich bin der Striche ach so ich bin der Striche denkwollts beide in Alter oh mein Gott oh mein Gott zufälle gibt's die gibt's ja überhaupt nicht doch gibt's gibt's und gibt's wird ab ey guck's noch mal raus oh schade aber freckend hättest du aber nicht gesundheit Gesundheit! Gibt nicht! Hallo, chill mal! Na gut, chill wieder nicht. So, wenn jetzt die 2,5 Neger weiter... ...dass daran gescheitert ist, ne, beiß ich den Arsch ab. Viel Spaß! Ah, da hast du ja zwei nur noch. Ist ja wohl gut. Kannst du schon loscheißen. Verdammt! Ich hab nichts mehr gesehen, hab einfach reingehauen. Läuft! Ich hör, ich hör was ganz fieses. So kündigt sich Chris meist immer nur an. So kündigt sich Chris an! Weiß es klingelt erst an der Tür und dann weiß es ist Chris. Kling tot! Ding dong! Das gibt... Ich will deine Reflexe haben, ohne Scheiß. Nee, glaub mir. Das dauert noch ein paar Jahre. Ja! Fuck! Drauf halten! Hat nichts gebracht. Ich weiß nicht. Ich wollte jetzt einfach mal meine Fähigkeiten nutzen, die ich hier hab. Ich hab's mal zu ärgern. Was, wo denn? Behind you. I can see you. Through the sky of diamonds. Through the sky of diamonds. Bitte nicht. Hühnchen! Hühnchen! Och, ey! Hühnchen lebt weiter. Danke, Chris. Florian ist weg ein Biss? Nein, noch nicht. Warte mal. Wie viel willst du eigentlich noch fressen? Die war innocent. Haha! Was? Ja. Ich hab' den gerade durchsucht. Und da stand, er ist innocent. Dieser Dropshotter. Dropshotter, Banyhopper. Hahaha! Was? Hahaha! Egal, Alter! Egal! Nö, nö, nö. Döbö, döbö, döbö. Döbö, döbö, döbö. Döbö, döbö. Döbö, döbö. Döbö, döbö, döbö. Döbö, döbö, döbö. Döbö, döbö. Döbö, döbö, döbö. Döbö, döbö, döbö. Döbö, döbö. Döbö, döbö, döbö. Döbö, döbö. Aber immer noch weniger. Hallo, Klinger von meiner scheiß Semptex endlich mal verrecken! Verrecken! Verrecken, du B****! Alter! Das gibt so einen fetten Piep, Alter! Oh! Verrecken, du B****! Ja. Alter, so... Du musst auch einen fetten Piep freinsetzen, ne? Alter, so... Du musst auch einen fetten Piep freinsetzen, ne? Was? Oh, ja, B****! Oh, ja! Hey, B****! Hey, B****! Ah! Hallo! B****! 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 Was ist der Fuss? Nein, ich darf nicht allen Menschen! Nein, ich darf nicht allen! Nein, nein, nein! Nein! Noll! Wall! Spring, ich darüber nachvollziehbar aber verkackst, ey! Meine Herren Ja, dein Leben Wieso quäumt der Wieso quäumt der Brunnen, Alter? Oh, ich hasse selber Das war nice Was, du hasst die Rente Nein, nicht Ja, die wirst du eh nie erreichen Nicht, nicht, Alter Bin ich selber geblendet Nicht, der Text So, ja, Amanakims Jetzt bin ich auch endlich da Oh, endlich Das kleine Kind kann sprechen Seine ersten Worte Ich lebe Seine ersten Worte Ja, du bist tot Amanakims Perfekter Start Bei der Geburt, es lebt Ich bin es lebt Ich frage mich jetzt nicht, warum ich es geschafft habe Drei Hahahaha Unter denen Hallo Ja, du *** Schloch, ne? Hey, bitch Nope Dann töte das, bevor es Eier legt Ne Was, man Das bin ich mit Leute Das ist Amanakim, Alter Amanakim, Alter Das war jetzt awesome Das war jetzt awesome Hör da weg hier für Steven, was los? Ich spreng auf Chris, ein Kopf gibt ihm ein Hellgate, der läuft auf mich, aber fällt Ja, aber ich konnte nicht weiter nach links ziehen, weil dann die selbst aus der Crew schon wieder entlegen kann Alter, was los hier? Ey, der rasiert Das ist aber wirklich Hallo, Pause Nein Pause Oh doch Du hast einen Checkpoint erreicht, das reicht Scheiße Scheiße Never Ich hab auch noch gewartet Warte, mein Predator Checkpoint Ooooooh Cheek-de-boo-day, cheek-de-boo-day Kannst mal verrecken, du *** Noch ein Piep Boah, du Arschloch Ehhh, noch ein Piep Hahahaha 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 Boah, ich bin an DO2 gewöhnt Hahahaha Es gibt die Stimme, Alter Sie verlieren Ich war grad am werfen Ich komm halt das Maul da rum Echt mal, halt dein Maul da rum Ey, ohne Scheiß, Chris, willst du mich eigentlich verarschen? Ja Der bestraft dich, Junge Der bestraft dich Bestraft dich gleich Der peint dich aus, Digga Oh ja Ich war schon bei einem Leider bin ich gestorben, aber ich hab's überlebt Ich wollte grad ein paar Ventilatoren abschießen Ich bin ja toll da wo sie sind So, dann zirrt mir mal das Schätzlein Schätzlein Ich seh keinen Wieso seh ich keinen? Halt uns Opfer bis dahin Hör mal euch da rum Ach da seid ihr Ich bin im Haus für die Holi Loll Verbindung wegen fehlerhaften Hostel Das ist ein schlechter Witz einfach Anscheinend schon So, also ich bin jetzt aber weg Ich auch Boah